Hallo, ich bin Ayla, ich bin 10 Jahre alt und ich habe einen Song geschrieben. Der ist ganz neu und ja, ich habe ihn selbst geschrieben. Und der ganze Song ist noch nicht fertig, erst der halbe Song. Der andere Teil kommt erst später, weil ich weiß nicht weiter. Also, bewertet es bitte und ja. Ja, schreibt Kommentare, wie es euch gefällt. Also, los geht's. Ich stehe auf und isse mein Müsli. Ich ziehe mich an und style mir die Haare. Ich gehe in die Schule und putze meine Schuhe. Jeder ist fies zu mir, ich kotze gleich hier. Ich fühle mich mies und die anderen sind fies. Ich kann nichts dagegen tun und ich bin ein Huhn. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich gehe nach Haus und gehe raus. Alle lachen mich aus und ich dummchen gehe raus. Ich ziehe mein Pyjama an und freunde mich an mit einer netten Freundin. Doch sie hat keine Zeit für mich. Ich gehe meine Zähne putzen und gehe schlafen. Es ist Morgen. Ich putze meine Zähne, ziehe mein Outfit an. Und ich gehe zur Schule. Alle sind ganz nett und ich bin nicht fett. Sagen sie, ich gehörte auf einmal zu den Beliebten. Also, das war's. Der ganze Song heißt Superstar. Und ich weiß nicht weiter. Also denkt euch bitte was aus und schreibt es als Kommi. Tschüss.